Hier präsentieren wir die 5 beste Runde S-Tisch Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Storado DE S-Tisch Rund 0588-104 Weißmatt Edelstahl Optik. Das skandinavische Design des Esszimmersäts von HJ Vido zeichnet sich durch einen runden Esstisch aus. Mit seinem Durchmesser von 80 cm, der weiß beschichteten MDF Tischplatte und den Beinen aus Buchenholz ist er die ideale Ergänzung für jeden modernen Wohn- oder Essbereich. Das Seed enthält außerdem 4 passende Stühle im gleichen modernen Stil. So müssen Sie nicht länger nach akzeptablen Stühlen suchen. Ein weiteres Merkmal des Designs sind die schwarzen Metallstangen, die den Tisch und Stuhlbeinen einen extra coolen Aspekt und mehr Stabilität verleihen. Nummer 4. Felis Lifestyle Montag S-Tisch Felis Lifestyle ist die Quelle für diesen runden Esstisch Montag. Die runde 110 cm lange Tischplatte des Modells, die aus aufgearbeiteten Teakholzstreifen gefertigt ist, verleiht ihm ein rustikales Aussehen. Besonders stabil ist der Tisch in Verbindung mit den 4 schwarzen Metallbeinen. Die Oberfläche der Tischplatte ist etwas gröber und wurde durch die einzelnen Teakholzstreifen, aus denen der Tisch besteht, zusätzlich lackiert. Außerdem bietet der Esstisch 4 Personen bequem Platz. Er passt besonders gut zu den Lederstühlen in Ihrem Wohnzimmer. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Esstisch und ausziehbar Eichesegrau 104 cm Seel. Dieser runde, ausziehbare Esstisch ist ein traditionelles Design. Die Tischplatte hat einen Durchmesser von 104 cm und ist mit einer eichenähnlichen Oberfläche versehen. Besonders stabil ist der Tisch durch das Untergestell, das aus einer quadratischen Säule und einer Bodenplatte besteht. Der runde Esstisch bietet 4 Personen bequem Platz, wenn er nicht ausgezogen ist. Wird der Tisch auf seine volle Länge von 144 cm ausgezogen, finden bis zu 6 Personen bequem Platz. Auch wenn er in der vergrößerten Version eine Ovalform hat, ist er dennoch gesellig und platzsparend. Nummer 2. Goldfenn Esstisch Glas und Glastisch Moderner Tisch 80 cm Küchentisch Skandinavisch für Wohnzimmer-Esszimmer-Küche Ein besonders avantgardistisches Design ist der runde Esstisch Goldfenn. Die gläserne Tischplatte gibt den Blick auf die 4 schwarzen Beine frei. Sie sind auf eine besondere Weise platziert. Mit einem Durchmesser von 80 cm ist der Tisch perfekt für 2 bis 4 Personen. Der runde Esstisch wirkt durch die Werkgruppenakzente und Verzierungen besonders faszinierend im trendigen Industriedesign. Der Tisch ist zweifelsohne ein Blickfang, egal ob er für ein Abendessen oder eine Cocktailparty mit Freunden genutzt wird. Er sieht in schicken Wohn- oder Essbereichen fantastisch aus. Und die Nummer 1 unserer Liste. HJ Vido MDF Runder Esstisch Buchenholz Esstzimmer Tisch Küchentisch Holztisch Dieser runde Esstisch von HJ Vido ist ein traditionelles Beispiel für skandinavisches Design. Die MDF Tischplatte mit einem Durchmesser von 80 cm besteht aus weißem Leck und ist aufgrund ihrer Größe ideal für 2 bis 4 Personen. In Kombination mit den 4 Beinen aus Buchenholz entsteht ein modernes Erscheinungsbild. Der Tisch ist ideal für Mahlzeiten und Zusammenkünfte mit Freunden. Aufgrund seiner geringen Größe passt er problemlos in Küchen- oder Wohnzimmernäschen. Verstärkt wird der Tisch durch die 4 schräg gestellten Beine, die mit gummierten Füssen ausgestattet sind, die den Boden besonders schonen. Dein Verstärkt